Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin und ich begrüße euch, zu einem neuen Video und diesmal werden wir die USB-Adapter nehmen, weil wir im letzten Video haben wir Steckdosenleiste und ich habe hier noch eine Steckdosenleiste, das aber ein bisschen Abwechslung ist, werden wir jetzt die zweifach USB-Adapter testen oder beziehungsweise angucken, testen werde ich sie danach und wie auch beim letzten Video wird hier irgendwo ein Buchstabe auftauchen im Video, Anfang, Ende, Mitte, irgendwo, random, irgendein Buchstabe. Alles weitere in der Videobeschreibung zum Google Doc Dokument, da könnt ihr am Gewinnspiel teilnehmen, es werden auch noch mehr Videos zu anderen Produkten kommen, bis alle Videos fertig sind, da werde ich auch sagen, dass es das letzte Video ist, wo ein Buchstabe drin ist, die müsst ihr dann mir schicken, vielleicht ergibt es ein Wort, vielleicht ist es nur ein Buchstabensalat, das weiß ich noch nicht. Und wenn ihr sie mir geschickt habt, wird dann circa eine Woche oder zwei Wochen, gebe ich euch allen Zeit und wenn ihr damit fertig seid, also wenn die Zeit abgelaufen ist, denjenigen auslosen mit per Zufallsgenerator, gewonnen hat und da müsst ihr dann halt zwei Produkte von den ganzen Videos sagen, die euch gefallen haben. Eins, was ihr da unbedingt wollt, zweiter, wenn das erste halt nicht da ist und dann könnt ihr das gewinnen. Aber wir wechseln jetzt erstmal in die Unboxing-Ansicht. So, und da sind wir auch schon in der Unboxing-Ansicht. Ich weiß nicht, bei welchem. Bei dem nicht. Bei dem. Hier war noch ein anderer USB-Adapter drin. Der ist vielleicht durch Zufall da reingerutscht. Ich habe keine Ahnung. Also der stand eigentlich so nicht auf der Liste. Und es war auch nur in einer Packung drin. Würde ein Versehen gewesen sein. Aber nichtsdestotrotz, würde ich sagen, wenn er schon da ist. Ich gucke mal, ist er doch von der gleichen Firma. Nicht, dass Amazon da irgendein Fehler passiert ist und da ist irgendwas drin gerutscht. Aber egal, dann machen wir ein Video dann noch dazu. So, aber im Prinzip sind es die gleichen. Deswegen nehmen wir uns erstmal einen und packen die hier aus. Ich muss mal kurz einen Schluck trinken. Ich tockne meinen Hals. Es ist unheimlich heiß hier. Schwül. So. Oh, wir haben hier so ein TÜV. Zweifach USB-Adapter. U-Ko-Main. Vom TÜV Süd. Wo sind die abgenommen? Achso, das soll mit dem Kabel drumherum sein. Ah, deswegen. Okay, so. Praktisch. Also eigentlich ist es so drum. Beim Versand halt abgegangen. So. Wir nehmen erstmal die beiseite. Auch die Anleitung beiseite. Brauchen wir nicht. Ist nur USB-Adapter da. Wir haben hier einen dünnen Kabel. Also keinen großen, dicken. Sondern einen kleinen, schmalen. Auch hier. Der Kabel ist noch lang genug. Wir werden mal den blauen hier auspacken. Ich werde die auch in der nächsten Zeit testen. Oh, der ist aber lang, der Kabel. Warte mal. Der Tisch ist 80. 80. Ja. Der ist über 80. Das ist ja wohl 20. Ich weiß es gar nicht. Ja, weil es ist ja länger als der Tisch, der Kabel. So. Auch hier. Auch der hinten alles wieder gut verarbeitet. Ich zoome mal ran, damit er das vielleicht seht. Na, wieso will er denn jetzt nicht? So. Hier ist alles gut. Alles schön fest. Hier steht es dann auch nochmal drauf. Urkumen. Modell. 2 USB-X. USB-Change. Input. 120 bis 250 Volt. 50 bis 60 Hertz. Maximal 0,25 Ampere. Output 5 Volt. 2,4 Ampere. Maximal 12 Watt. USB-Change. USB-Change. Pro. So. Aber das ist ja nicht das. Das ist einfach ein USB-Change. USB-Change ist. Ich finde es ja halt schön, weil der farbig ist. So. Jetzt haben wir, seht ihr das? Ich werde mal nochmal fokussieren. Ja, den Schriftzug will er jetzt nicht fokussieren. Also der ist klar deutlich zu lesen, aber die Kamera will den gerade nicht so richtig fokussieren, glaube ich. So halbwegs, ja. Da steht auch nochmal 5 Volt. 2,4 Ampere. Wir haben zwei Stück. Hier ist blau. Die haben sie in vier verschiedenen Farben. Einmal blau. Das ist eine Packung blau und rot, würde ich sagen. Doch, es ist rot. Und immer grün und noch irgendeine Farbe. Aber die waren nicht so hell. Die sahen eher so ein bisschen verwaschen aus. Deswegen habe ich mich für die beiden Farben entschieden. Ja, und dann werden wir mal testen. Ich mache den jetzt hier einfach mal in den Stromkabel. Leuchtet hier irgendwas? Hier leuchtet nichts. Also ist für die Leute, die verdeckt machen wollen, ganz gut. Könnte man auch hier dieses doppelseitige Klebeband, könnte ich euch dann empfehlen, wenn ihr das an der Seite vom Tisch machen wollt. Hier sowas hier zum Beispiel. Schneidet euch ein Stück ab, klebt das da ran. Und dann macht das euch einfach an der Seite vom Tisch oder unterm Tisch ran. So. Und dann könnt ihr das versteckt machen, sozusagen. Aber nichtsdestotrotz wollen wir jetzt mal gucken. Ich habe mein Handy wieder vorbereitet. Ich muss mal gucken, dass ich hier nicht wieder irgendwie eine Nachricht von meiner Mutter, Freundin oder wie es ich wem habe. Also, Otto, Albert hat geschrieben. Susanne hat O geschrieben. Jetzt werde ich das einfach mal reinmachen und gucken, was passiert. Auch normale Ladegeschwindigkeit. Also, ich sehe hier die 71%. Ich zoome auch mal rein. Ein Stück raus. So. Ich mache nochmal raus. Und nochmal rein. So. Also, 72%. Hier steht nicht irgendwie was von Highspeed aufladen. Ja, also ganz normales Aufladen ist das jetzt. Also, in einer normalen Geschwindigkeit. Im Schlafzimmer habe ich zum Beispiel eine ältere Steckdose. Da steht dann halt immer noch, dass sie zu langsam ist. Die steht aber auch nicht im Highspeed laden, Maximum laden oder irgendwas. Also mit 80, 100, 120 Watt. Das würde dann anders dastehen. Das kann ich euch auch mal vorführen. Das würde dann so aussehen. Aber eine normale Ladegeschwindigkeit reicht für den Tagsüber oder Abends ja auch aus. Und hier steht dann nämlich schnell laden. Ja. Und dann haben wir dann unten drunter den Blitz. Und dann pulsiert das so. Weiterhin ganz normal. Und wenn ich jetzt die Original-Kabel nehme, dann ist es so ja bläulich, glaube ich. Und dann steht Highspeed laden. Und dann lade ich ja mit 120 Watt. Das ist ja jetzt nur schnell laden mit... Boah, ich weiß nicht. 180 Watt, glaube ich. Aber das macht nichts. Das ist überhaupt nicht schlimm. Weil es muss auch nicht immer schnell geladen werden. Im Gegenteil. Wenn ihr, um den Akku zu halten, empfehlen viele einfach diese Standardgeschwindigkeit. Da taucht ja auch nichts auf. Und dann bleibt der Akku recht lange. Fresh. Wie gesagt, ich mache nicht immer volle Pulle. Nur wenn ich dann halt mal weg muss und das wirklich jetzt schnell mal geladen werden muss, dann halt an den Highspeed ran, der halt mit bei war beim Xiaomi. Und der Highspeed heißt dann die 120 Watt. Ja, aber das ist wirklich nur, wenn ich wirklich gerade mal wirklich weg muss und ich brauche noch schnell Ladung oder so. Sonst reicht das komplett aus oder halt im Schlafzimmer das langsame, dann bleibt der Akku wirklich lange gut. So, wie gesagt, verarbeitet ist gut. Wir haben einen schönen langen Kabel, einen dünnen Kabel mit bei. Aber der guckt dann halt natürlich raus hier aus der Steckdose. Also ist jetzt nichts für hinter der Wand oder so. Dafür ist es dann etwas ungeeignet. Die Verarbeitung ist sehr gut und vor allen Dingen nicht so einfarbig. Also nicht diese Standard schwarz, weiß oder grau. Manche sollen ja weiß sein, das, was eher grau ist. Das ist hier richtig schön bunt. Und die nächste Steckdose, die ich euch im nächsten Video vorstellen werde, die sind auch sehr, sehr bunt. Die ist halt für Kinderzimmer und für meine Töchter und so ist das halt ideal, weil die mögen es bunt. Ich bin da eher nicht so der bunte Typ. Und dafür ist das halt super. Oder für Frauchen. Dann kann sie dann halt ihr Handy vernünftig laden, weil die immer den, ich weiß auch nicht, den Wandadapter schrottert irgendwie, keine Ahnung. Ja, so hat sie dann halt keinen Wandadapter, hat sie das und man braucht nur den USB-Rin machen. Passt ja natürlich besser. Und dann kann sie auch zwei laden. Ist dann halt schön. Man kann halt auch, wenn man will, kann man die auch beide zusammen machen hier mit so einem doppelseitigen Klebeband. Was ich euch eben gezeigt habe, habe diese Gummi-Klebeband, ja, und habe da zwei. Und die könnte dann irgendwo hinlegen oder auch noch einen Schrank ran machen oder nebeneinander einen Schrank ran machen oder am Tisch oder unter den Tisch und habe da halt genug USB zur Verfügung. So. Auch hier vom TÜV Süd abgenommen, so wie es aussieht. Ich glaube nicht, dass es fake ist, weil da greift Amazon nämlich seit einigen Jahren ordentlich durch. und alles wieder hier ordentlich verpacken, dass die Kinder jetzt schön, wenn sie es dann nutzen wollen, nochmal selber auspacken können und zerruppen können. Steht die Kleine hochnotalen oder drauf auf auspacken. Ja, da wird, zu Frauchen wird einer hochgehen, einer wird, also ich habe ja vier Stück, ja logischerweise dadurch, einer wird zu Frauchen hochgehen, zwei kommen zu Josi oder einer zu Josi, einer eine Küche, einer zu Frauchen, Josi, einer eine Küche und einer kommt in die Couch oder ins Schlafzimmer, ich weiß es noch nicht. Da sind wir dann gewappnet und die werde ich halt auch in der nächsten Zeit testen und ich werde dann aber zu allen, ich werde dann ein Fazitvideo später machen zu allen. Ja, wenn ich dann die ein paar Wochen getestet habe, das dazu jetzt, zu jedem einzelnen Fazitvideo, das ist glaube ich ein bisschen zu viel. So, das soll es auch gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefreut. Wenn es euch gefreut hat, Däumchen wären, Träumchen. Wenn ihr noch Fragen habt, in die Kommentare posten. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin. Odin's Test.